In dieser Podcast-Folge gebe ich einen Einblick darin, was wir bei uns im Coaching seinerzeit gerne verändern wollten, aber was wir einfach in der Praxis nicht so hinbekommen haben, wie wir es alle gedacht hätten. Noch nie war die Steuerberaterbranche so stark im Wandel wie in dieser Zeit. Digitale Zusammenarbeit mit den Mandanten, Videokonferenzen und Homeoffice gehören nun schon fast zum Alltag. Doch wie schaffen einzelne Kanzleien den Wandel? Wie präsentiert sich eine Kanzlei wirksam in der digitalen Welt? Wie gelingt es, dass die Mitarbeiter den Wandel positiv mitgestalten? Welche Techniken und Systeme können die Kanzleiinhaber aus anderen Branchen für sich adaptieren? Und vor allem, wie schaffst du es als Kanzleiinhaber, dass du dabei entspannt bleibst und auch das Leben außerhalb der Kanzlei genießen kannst? Das sind nur einige Fragen, auf die Daniel Taversche, innovativer Kanzleistratege, Gründer und Vorstand der NewGen AG in diesen Podcast eingeht. Werde auch du bereits heute zum Steuerberater von morgen. Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge. Und diese Folge sollte nahtlos an der Folge von letzte Woche anknüpfen. Du kannst dir natürlich vorstellen, dass ich das jetzt gerade, wenn du die letzte Folge gehört hast, wo es darum ging, wie wir unsere Beratung bzw. unser Coaching aufbauen, und dass ich diese Folge jetzt genau hinter der anderen Folge aufnehme, weil ich in der letzten Folge mir während der Folge überlegt habe, dass ich da einfach eine zweite Podcast-Folge vermache. So, und jetzt möchte ich das Wort Folge in dieser Podcast-Folge nicht mehr verwenden. Das habe ich jetzt oft genug getan. Mal zum Thema heute. Das Thema ist, was haben wir in den letzten Jahren für Erkenntnisse gewonnen, was bei uns im Coaching, bei uns in der Beratung nicht so gut funktioniert. Und das ist vor allen Dingen das Thema, dass wir Muster haben für das Thema Prozesslandschaften in Kanzleien. Das ist ein riesen, riesen Punkt. Und zwar hat es ja vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren immer auch mit uns Kanzleistrategen oder mit Daniel Terversche in Verbindung gestanden. Ah, der macht Digitalisierung in der Kanzlei-Welt. Ah, der ist der Innovative, heute schon der Steuerberater von morgen sein. Das muss ja alles irgendwie damit zusammenhängen, dass alles digital wird und alles digital aufgebaut wird. Und das ist der Partner, mit dem wir das machen können. Und ja, ich muss dazu sagen, wir haben es sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle suggeriert, weil ich mir total klar war, dass es so ist, dass wenn wir mit vielen Kanzleien darüber sprechen, wir nachher halt bestimmte Prozessketten aufbauen können, bestimmte Bereiche, Dinge aufbauen können, die wir halt auch anderen Kanzleien zur Verfügung stellen können, damit das Ganze dann auch ganz gut funktioniert und die endlich eine Struktur haben, wie die ihre Prozesse durchführen können. Und einige vielleicht, die jetzt noch den Podcast hören, die bei uns im Coaching waren, die sagen, ja, da finde ich mich jetzt ziemlich gut wieder, die vielleicht auch sagen, ja, aber insgesamt das Ergebnis war aber nachher recht ernüchternd. Und ja, das gehört auch dazu, das ist dieses Scheiter-Heiter. Das ist das Thema, wo ich sage, okay, ja, ich komme aus der IT- beziehungsweise Digitalisierungswelt und ja, ich habe da auch gewisserweise Ahnung von, ich war als Digitalberater unterwegs, ich habe Prozessoptimierung gemacht, war im Consulting, habe einige Projekte mit unterstützt, gerade wenn es um Mobility-Themen sind, alles außerhalb der steuerberatenden Branche. Doch was ich festgestellt habe, ist es, dass in einer, gerade in der steuerberatenden Welt, Kanzleien nicht einfach von einem auf dem anderen System, ja, Prozesse oder Prozesslandschaften oder Dokumentation einfach von anderen Kanzleien übergestillt bekommen, um nachher zu sagen, jetzt habe ich eine Struktur und so arbeiten wir. Warum ist das so? Denn in der Theorie ist es doch eigentlich total logisch, dass ich es so mache. Denn in der Theorie arbeiten doch Steuerkanzleien sehr, sehr ähnlich. Ich meine, die Vorbehaltsaufgaben sind alle, ja, man weiß es, dass man mit bestimmten Kontenrahmen arbeitet, dass man mit bestimmten Angaben, dass man bestimmte Dinge machen muss. Also, wenn man so will, ist der ganze Arbeitsprozess doch relativ genormt, der gemacht werden müsste, in der Theorie. Und diese Annahme habe ich auch aufgesessen. Doch ich habe einen Faktor absolut unterschätzt. Und zwar ist das der Faktor Mensch. Und der Unterfaktor, einer der Hauptfaktoren, ist die gelebte Wirklichkeit. Und hier habe ich halt festgestellt, dass egal, wie toll man irgendwelche Prozesse schon in der Kanzlei implementiert von anderen Kanzleien, es noch lange nicht heißt, dass sie so gelebt werden. Es gibt ja auch diese schönen Erhebungen, wo auch wirklich, ja, bewertet wurde, dass über 60% der Digitalisierungsprojekte am aktiven Widerstand der Mitarbeiter scheitern. Ich weiß nicht, ob die Quote noch so hoch ist. Also, es waren Zahlen vor zwei, drei Jahren, die halt auch wirklich von großen Digitalisierungshäusern irgendwo erhoben worden sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Quote nicht signifikant runtergebrochen. Und ich glaube, in der steuerberatenden Branche in den letzten Jahren hat man halt festgestellt, dass der Faktor Mensch noch wesentlich wichtiger ist als das Thema Digitalisierung. Und ich glaube nicht, ich glaube, ich habe auch letztens noch irgendwo gelesen, ich kann es jetzt gerade die Quellenangabe nicht, dass das Thema Digitalisierung sogar seit Corona irgendwo eher in Stocken geraten ist, weil so viele Aufgaben auf die jeweiligen Kanzleien runtergefallen ist, dass gar keine Zeit mehr da geblieben ist, das jetzt wirklich noch so richtig nach vorne hinzubringen und das auch strategisch anzugehen. Deswegen, das sind so Dinge, die haben wir halt festgestellt, das funktioniert so leider nicht, dass man sagen kann, okay, man hat jetzt irgendeine Prozesslandschaft und stülpt die anderen Kanzleien über, um damit irgendwelche Defizite oder defizitäre Prozesse oder Digitalisierung bei Kanzleien wirklich jetzt mal zu minimieren. Denn das alles funktioniert nur, wenn das Fundament Mensch stimmt. Und das ist auch das, was wir halt immer mehr festgestellt haben. Und deswegen auch die letzte Podcast-Folge, wo wir wirklich auch sagen, okay, das Thema Menschen steht im Mittelpunkt und das soll jetzt kein blödes Marketing blablabla sein, sondern wenn die Mitarbeitenden keine Lust oder den Sinn nicht darin verstehen, warum es jetzt sich ändert und man vielleicht irgendwie nachher seine Arbeitsweisen, die man seit 20, 30 Jahren irgendwie immer für richtig gehalten hat, jetzt auf einmal durch irgendwelche theoretischen andere Prozessketten ad acta gelegt werden oder der Sinn dahinter nicht steht. Und wenn es nur in Teilen ist, dann wird es nicht gelebt werden. So, Punkt. Daher als Kanzleienhaber oder als Mitarbeiter in der Kanzlei ist es wichtig, dass man erstmal eine Kultur in der Kanzlei schafft, die es ermöglicht, jetzt wirklich darauf basierend die für die Kanzlei passenden Dinge zu erarbeiten. Da kann man natürlich super Muster nutzen, da kann man auch abschauen in anderen Kanzleien, da kann man sich auch austauschen, da kann man sicherlich auch, ob es jetzt Dataf Consulting ist oder ein IT-Systempartner ist oder ich weiß es nicht oder in Videos von den Steuerköpfen oder wie auch immer sich Dinge nehmen, um dann nicht alles mit einem weißen Blatt Papier aufzuschreiben, sondern genau oder Andres Hausmann oder wie auch immer die Dinge alles nutzen, um die auszuarbeiten. Allerdings ist es wichtig, dass die Mitarbeiter es auch verstehen und mitmachen wollen und dass sie auch den Rahmen haben, um das zu tun. Daher bitte einfach mal überlegen, wie man es schafft, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, wie man es schafft, erstmal die Kultur zu schaffen, dass die Menschen einen Sinn darin verstehen, diese Dinge auch aufzubauen und sich auch selber verändern zu wollen. Und darin sind wir wieder Spezialisten. Und wenn es darum geht, erstmal dieses Fundament aufzubauen, dann macht es durchaus Sinn, sich bei uns zu melden und mit uns genau das aufzubauen, dass du als Kanzleienhaber es erstmal soweit verstehst und auch kommunizieren kannst, dir Werkzeuge aneinander zu geben, wie deine Mitarbeitenden auch diesen Freiraum haben und da den Sinn sehen, das zu verändern. Und dann hast du nachher wirklich die richtige Basis und dann kannst du damit alles machen. Und damit kannst du dann mit deinem Team zusammen so viel Veränderung machen, ob es Digitalisierung ist, ob es Arbeitszeitverkürzungsmodell ist, ob es die Kommunikation zu den Mandanten ist, ob es vielleicht auch die Ansprache von potenziellen neuen Mitarbeitern ist. Das ist dann in der Summe egal, weil das sind dann nachher die Ausprägungen, wenn der Sinn und wenn wirklich die Menschen in deiner Kanzlei Bock darauf haben, mit dir diesen Weg zu gehen und in die Veränderungen zu gehen. Und darin, das kann ich dir sagen, besteht der größte Hebel nachher, die Kanzlei so zu gestalten, wie du sie haben möchtest und vor allen Dingen auch, wie deine Mitarbeiter es haben möchten, um dann auch resilient da zu wirken gegenüber vielen anderen Arbeitgebern und vor allen Dingen Headhuntern, anderen Social Recruiting-Kampagnen, dass die Mitarbeiter sagen, nee, hier möchte ich bleiben. Das schaffst du nicht, indem du digitale Prozesse einführst, sondern indem du den Sinn in der Kanzlei erhöhst. Daher, erst mal, bevor du dich mit der digitalen Prozessketten auseinandersetzt und irgendwo einheitliches Arbeiten, ist es immer wichtig, erst mal die Mitarbeiter mitzunehmen, dass die auch Bock darauf haben, das mit zu verändern. Das durften wir lernen bei New Gen, beziehungsweise bei den Kanzlei-Strategen und das ist auch das, was wir immer mehr bei uns im Coaching mit weitergeben, denn damit verändert sich nachhaltig wirklich was zum Guten. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst bei dieser Podcast-Folge und ich freue mich auf die nächste, dieses Mal ohne Cliffhanger am Ende der Podcast-Folge. Bis dahin, ciao, ciao. Das war nur ein kurzer Einblick. Du möchtest wissen, wie du deine Herausforderungen lösen kannst? Dann bewirb dich unter www.newgen.ag für dein individuelles Strategiegespräch mit einem New Gen-Experten. Bereits dieses kostenlose Erstgespräch wird dir massiven Mehrwert bringen. Ob du im Anschluss mit den New Gen-Kanzlei-Strategen zusammenarbeiten möchtest, entscheidest du einfach nach dem Gespräch. Nutze jetzt die Zeit, um zu den Gewinnern im digitalen Wandel zu gehören. Melde dich jetzt www.newgen.ag